Im heutigen Video geht es um AI, Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz und Software-Patente. Und ich habe heute einen ganz tollen, prominenten Gast im Studio, und zwar Bastian Best. Der ist Patentanwalt bei Bardele, einer sehr großen Kanzlei in München, und ist absolut überragender Experte für Software-Patente und AI und hat auch einen ganz tollen Podcast, nämlich The Best Practice. Den habe ich auch hier unter diesem Video verlinkt. Und ja, vielen Dank, Bastian, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, lieber Rolf. Danke für die Ankündigung. Da kann man ja nur verlieren nach so einer Ankreisung. Aber vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, also du haust so viel Content zu Software-Patenten und AI raus, und ich konsumiere den sogar auch, und das hat ja alles ziemlich Hand und Fuß. Also ich bin weit von deinem Wissen entfernt, und deswegen habe ich dich auch hier zum Video dazugeholt, weil ich einfach mal ein bisschen über das Thema Software-Patente und vor allen Dingen AI sprechen wollte. Das ist ja jetzt in aller Munde, so künstliche Intelligenz. Und die Frage ist, wie man das eigentlich patentiert. Kann man das patentieren? Du bist ja ja ziemlicher Experte. Wie unterscheiden sich denn eigentlich, wie unterscheiden sich eigentlich AI-Patente von Software-Patenten? Oder was sind erstmal Software-Patente, und was ist bei AI-Patenten das Besondere? Ja, AI-Patente, Software-Patente, also am Ende des Tages sind es natürlich alles Patente, ja. Patente gibt es für Erfindungen, und natürlich kann man auch in der Software-Entwicklung was erfinden oder in der KI-Entwicklung. Der Knackpunkt bei der Patentierung ist natürlich immer, wie du weißt, Patente gibt es für technische Erfindungen, zumindest mal in Europa. Und da ist halt immer die Frage, ja, ist die Software jetzt technisch oder ist KI etwas Technisches? Das ist eigentlich der Knackpunkt, um es geht. Die KI speziell, sage ich mal, die unterscheidet sich von den normalen Software-Patenten, wenn man das so sagen kann, dadurch, dass, ja, ich sage mal, das europäische Patentamt hat eine ziemlich klare Linie in den Richtlinien für die Prüfung, die es da gibt. Und zwar sagen die relativ klar, dass, also Innovationen in der Kern-KI, sage ich mal, also wenn man jetzt eher theoretische Innovationen da betreibt, einen neuen Trainingsalgorithmus entwickelt oder eine neue Art von neuronalem Netz sich ausdenkt, das ist für das EPA pure Mathe und nichts Technisches und kann so per se nicht patentiert werden. Also ich sage mal, theoretische Weiterentwicklungen in der KI sind vom Patentschutz ausgeschlossen. Ah, ja, genau. Dann ist aber die Tür nicht zu, sondern sobald man die KI eben anwendet, kommen wir vielleicht da noch im Detail drauf, dann kann man sie sehr wohl patentieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine KI hat, die irgendwie einen Schweißroboter steuert, dass er präziser schweißen kann, sowas könnte man vielleicht schützen? Das ist ein Beispiel, ja. Also in der Tat gibt es eigentlich, sage ich mal, zwei Dimensionen, wie man die KI patentierbar macht. Das eine ist die technische Anwendung. Du hast ein Beispiel angesprochen. Anderes Beispiel wäre, weiß ich nicht, ein Traktor, der über die KI gesteuert wird und dann besonders intelligent, autonom das Feld abackert. Oder der Saugroboter. Vielleicht steckt da dieselbe KI drin, ja. Der muss ja auch besonders clever den Raum absaugen. Das sind also technische Anwendungen. Und in dem Kontext ist eine KI-Innovation dann patentierbar, weil sie eben ein technisches Problem löst, in der klassischen technischen Welt, sage ich mal. Das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension ist die spezielle technische Implementierung. Da sprechen wir dann eher über hardwarenahe Innovationen, sage ich mal. Also wenn ich mir überlege, ein prominentes Beispiel ist, ein KI-Algorithmus, die Datenverarbeitung aufzuteilen und gewisse Teile auf der Grafikkarte zu rechnen, weil die eben besonders gut geeignet ist für bestimmte Arten von Berechnungen und die andere Hälfte auf der CPU vom Computer. Und dann führe ich das wieder zusammen. So was, da geht es mir in die Hardware rein, in die spezielle Implementierung. So was ist dann auch technisch. Okay, spannend. Also es gibt ja bestimmt einige besondere Herausforderungen, was Patente zu AI oder KI angeht. Also ich habe nur so eine Sache im Kopf, aber vielleicht hast du da auch noch mehrere Sachen. Das ist die ausreichende Offenbarung. Man muss ja immer eine Erfindung in der Patentanmeldung so offenbaren, dass auch ein Fachmann sie dann später, wenn er das Patent liest oder die Patentanmeldung liest, auch so nachmachen kann. Und bei AI ist das ja so, da hat man ja irgendwie, weiß ich, dann irgendwie eine Million Datensätze, die man dann irgendwie in so ein Trainingsmodell reinfüttert und dann wird es getrainiert und dann macht es ja Vorhersagen. Und da kann man ja gar nicht so richtig sagen, wie das jetzt offen, also wie macht man das mit der Offenbarung? Muss man da die ganzen Trainingsdaten alle angeben, wie bei diesen Biotech-Patenten, die ganzen DNA-Sequenzen? Oder wie löst man das Problem? Ja, das ist in der Tat eine Schwierigkeit, die Offenbarung. Weil wie du sagst, ja, manchmal, also wenn die Pfiffigkeit der KI quasi von der Art abhängt, wie sie trainiert wurde, ja, und das Netz hat sich dann durchoptimiert anhand von Millionen Trainingsdaten, dann weiß man manchmal gar nicht so genau, warum die KI jetzt die Entscheidung trifft, die sie trifft, ja. Und dann kann man es auch schwer nacharbeitbar offenbaren. Man muss halt immer versuchen, irgendwelche konzeptionellen Erklärungen zu finden, warum das jetzt so ist, wie es ist, irgendwelche kausalen Zusammenhänge. Selbst bei griffigeren KI-Erfindungen kann es schwierig sein, ist es durchaus trickreich, die Offenbarung hinzukriegen. Ein Beispiel, was letztes Jahr war, war ein Fall, da ging es um eine Erfindung aus der Medizintechnik. Also die Frage war, ich mache Pulsmessungen und aus dem Puls will ich dann das Herzzeitvolumen ableiten. Das ist das Volumen an Blut, das pro Zeiteinheit durchs Herz gepumpt wird. Kann man schwer direkt messen, weil man schwer ans Herz rankommt. Deswegen will man das eben aus dem Puls ableiten. Und die Erfindung in dem Fall war tatsächlich, das kennzeichnende Merkmal im Patentanspruch war, nimm ein geeignet trainiertes neuronales Netz. Und dann hat die Beschwerdekammer beim EPA gesagt, ja, das ist nicht ausführbar, weil wie muss ich es denn trainieren, damit ich eben aus dem Puls das Herzzeitvolumen ableiten kann? Was für Trainingsdaten brauche ich da? Und da hat die Kammer wirklich gesagt, es wäre zumindest mal ein konkreter Trainingsdatensatz nötig gewesen, um das ausführbar zu machen. Das ist jetzt so ein neuer Fall, aber insgesamt gibt es da keine allgemeinen Richtlinien, speziell für KI und auch wenig Rechtsprechung über den Fall jetzt hier hinaus. Also da ist noch viel drin. Aber man ist gut beraten, so gut wie möglich zu erklären, warum die KI das macht, was sie macht. Ja, und wenn du so sagst, wenn du das einfach hier als konkretes Beispiel anführst, dann scheint es ja Sinn zu machen, dass man wenigstens irgendwie einen Datensatz vielleicht anführt. Dass man dann, weiß ich, es gibt eine Million Datensätze und die haben alle die Felder und die können in den Bereichen liegen und hier ist mal ein Beispiel oder so. Also sowas? Ja, ob ein Beispiel reicht, muss man dann immer einzeln versehen. Es muss halt einfach plausibel nachvollziehbar sein. Auf der anderen Seite ist man halt eben in dem Dilemma, dass man gerade in der KI oft die Trainingsdaten nicht verraten will, weil die Secret-Source sind oder ein großer Teil davon, sage ich mal. Also da ist man in dem Dilemma, weil es natürlich dann veröffentlicht wird, wenn ich es in die Anmeldung mit reinschreibe. Da muss man irgendwie einen Mittelweg finden. Idealerweise würde man versuchen, aus den Trainingsdaten so ein technisches Prinzip rauszudestillieren, wie wir es als Patentanwälte machen. Und das kann man dann offenbaren, ja. Ja, okay. Bei Patenten gibt es ja, also bei Software-Patenten gibt es ja immer die Herausforderungen mit dieser erfinderischen Tätigkeit. Also ein Patent muss ja immer neu sein und muss auch erfinderisch sein. Und da hat sich das Europäische Patentamt ja so ein Prinzip raus ausgedacht, dass immer nur die Sachen, die auch technisch sind, also dass nur die auch dazu beitragen können, dass irgendwas als erfinderisch angesehen wird. Wenn man jetzt eben so ein, so weiß ich, eben eine Erfindung hat, die auf KI basiert und eigentlich alles andere wie vorher ist, nur dass dann irgendwie KI gesteuert ist, wie macht man das? Ist das dann technisch genug oder was ist daran technisch, was ist nicht technisch? Wie löst man das Problem? Ja, ja. Also, ja, da sind wir wieder eigentlich bei den zwei Dimensionen, ja. Die KI an sich für sich genommen ist nicht technisch, aber wenn ich sie entweder speziell technisch implementiere, dann sind das technische Aspekte oder wenn ich sie für etwas klassisch-technisches anwende, dann trägt sie bei, kommt in die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit rein. Okay. Erst mal. Und da muss man aber schon sagen, also jetzt einfach nur zu sagen, mach's mit KI, das mag dann vielleicht ein technisches Merkmal sein, wenn es ein technischer Anwendungsfall ist, aber das ist regelmäßig naheliegend, ja. Ja. Auf der Abfraktionsgebung. Weil mach mit KI gab's vorher auch schon. Ja. Genau. Genau, das ist der Punkt. Also, es muss dann schon pfiffig sein in der KI und dann wird's aber ganz normal geprüft nach dem sogenannten Comvict-Approach, ja, wie du angesprochen hast, dass eben die technischen Merkmale untersucht werden, wären die naheliegend gewesen. Es gibt bestimmte, sag ich mal, Anwendungsgebiete, die regelmäßig als technisch angesehen werden vom EPA. Also, es sind Sachen wie natürlich die Maschinensteuerung, die wir jetzt schon besprochen haben, aber auch so weniger griffige Sachen, wie zum Beispiel Bildbearbeitung. Also, wenn ich eine KI habe, die in meinen Fotos den Kontrast verbessert oder die Fotos schärfer macht oder im Video Personenerkennung macht, das sind technische Gebiete, als technisch anerkannte Gebiete beim EPA oder Spracherkennung ein anderes prominentes Beispiel. Also, wenn ich mit einem Smartphone oder mit einem Auto spreche, dank KI und die mich dann hoffentlich auch versteht, das ist auch ein technisches Anwendungsgebiet. Ja. Okay. Ja, gut. Okay. Also, du sagst, es ist durchaus möglich, auch Patente erteilt zu bekommen, in denen irgendwie KI beansprucht wird. Also, es gibt es gibt also tatsächlich schon erteilte europäische Patente, wo im ersten Anspruch steht irgendwas irgendwas mit einem KI-Algorithmus oder der irgendwie selbst beansprucht ist oder sowas gibt es also schon, ja? Absolut. Ja, ja, natürlich. Sonst wäre ich arbeitslos, ja. Nein, nein. Also, arbeitslos wärst du auch nicht, wenn die nicht erteilt würden. Aber... Das ist wohl wahr, ja. Es gibt natürlich erteilte Patente, europäische Patente, ja. Ein prominentes Beispiel vielleicht, DeepMind. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ja, okay. Die, eine Firma, die hat die KI entwickelt, die im Spiel, im Brettspiel Go, den damaligen Weltmeister, geschlagen hat. Ach so, ja. Vor ein paar Jahren. Go ist wohl so das komplexeste Brettspiel, das man sich vorstellen kann. Ich kann es nicht spielen, aber es muss weitaus komplexer als Schach sein. Oh. Gibt es auch einen Film dazu, der heißt AlphaGo, so wie die KI auf Netflix, kann ich empfehlen. Und die melden Patente an, also die machen wirklich Core-AI-Forschung, sag ich mal. Wurden dann auch von Google gekauft vor ein paar Jahren. Die Patentanmeldungen, die gehen jetzt gar nicht um das Brettspiel Go, sondern da geht es zum Beispiel um so Sachen wie Text-to-Speech, also wie ich aus einem schriftlichen Text die KI eine Sprachausgabe erzeugt. Man muss mal schauen, dass die wirklich schöne Phoneme nimmt und dass das wirklich eine natürliche Sprachausgabe wird. Ja, ja. Das ist ein Beispiel, das wurde erteilt vom Europäischen Patentamt. Okay. Der Anspruch 1 ist dann Verfahrensanspruch meistens. Ganz klassisch wie üblich in Software-Patenten, wenn es halt um einen Algorithmus geht, dann ist es eine Abfolge von Schritten und damit ein Verfahrensanspruch ist halt die natürliche Wahl. Und in dem Beispiel, das ich genannt habe von DeepMind, da ist wirklich den Anspruch 1, wenn man sich für KI interessiert, sollte man anschauen, das ist wirklich Text-to-Speech, also Sprachverarbeitung und da geht es wirklich darum, wie die Daten von welchem Layer in andere Hidden Layers und dann wird das irgendwie hin und her propagiert. Also ist schon für einen Informatiker spannend. Und da steht es genauso im Anspruch 1 drin. Cool. Also ich habe nur die Keynote gesehen von Google, wo die dann irgendwie so einen Haarfrisiersalon angerufen haben mit der KI, um einen Termin auszumachen und der Friseursalon hat es nicht gemerkt, dass es eine KI war. Das ist ja eine andere Frage. Ethische KI, ja. Muss die KI sich zu erkennen geben bei sowas, aber das ist jetzt Sachen wie uns Patentanwälte nur peripher. Ja, aber es war jedenfalls beeindruckend, so von der Leistung her. Ja, absolut. Okay, jetzt haben wir ja relativ viel über KI und AI gesprochen. Was sind denn so aus deiner Sicht so die drei wichtigsten Dinge, die die Zuschauer aus diesem Video mitnehmen sollten, wenn sie sich für die Anmeldung von einem KI-Patent interessieren? Ja, die drei wichtigsten Dinge. Also ich würde sagen, erstens mal, KI ist durchaus patentierbar, wenn wir von angewandter KI sprechen, also theoretische Fortbildungen vielleicht nicht, aber angewandte KI ist durchaus patentierbar. Zweiter Punkt würde ich sagen, mach's mit KI, reicht nicht. Das ist halt naheliegend, weil das ist ja auch der Zahn der Zeit, das macht man halt so. Drittens würde ich sagen, auf jeden Fall im Einzelfall immer vom Spezialisten helfen lassen, weil das ist wirklich ein extrem spitzes Spezialgebiet und es ist ja so, dass wir Patentanwälte, wir müssen ja den Patentprüfer überzeugen, warum das jetzt was Tolles ist, warum da ein Patent erteilt werden soll und da muss man sich halt auskennen und die guten Argumente finden. Dazu muss man verstehen, was für Layers da wohin propagieren und wie das alles funktioniert mit der KI. Ja, genau. Also das ist ein guter letzter Punkt, denn das kann ich nur so weitergeben, wenn ihr als Zuhörer euch dafür interessiert, irgendwie einen Patent anzumelden und habt irgendwas mit AI oder künstlicher Intelligenz entwickelt, dann wendet euch doch zum Beispiel an den Bastian Best und ja, wenn ihr euch dafür interessiert und gerade nichts anmelden wollt, aber einfach so interessiert, dann guckt doch mal, hier unter diesem Video habe ich seinen Videokanal, seinen YouTube-Kanal verlinkt, The Best Practice. Da gibt es super Videos, wo er genau erklärt, wo es darauf ankommt, bei KI-Patenten und bei Software-Patenten und erklärt das auch an ganz konkreten Fällen und Entscheidungen, die gerade so rausgekommen sind. Ja, Bastian, willst du vielleicht auch noch irgendwie sagen, wo die Zuhörer dich erreichen können, falls sie noch Fragen haben? Ja, natürlich, wie du sagst, auf dem YouTube-Kanal. Auf LinkedIn bin ich ziemlich aktiv und poste da immer hoffentlich nützliche Gedanken über meine Praxis bei der Software-Patentierung und sonst halt auf der Kanzlei-Webseite. Genau. Ich verlinke das alles hier unter dem Video und dir jedenfalls super vielen Dank für das tolle Interview. Danke, hat Spaß gemacht. Danke, Rolf. Und wenn Sie mehr über Patentemarken und Designs erfahren wollen und dieses Video spannend fanden, dann abonnieren Sie doch auch meinen Kanal. Das können Sie hier unter diesem Video an diesem Button Subscribe machen, Abonnieren machen und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.